Ja, hallo zusammen und ich darf euch wieder mal herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Aber bevor das Video richtig beginnt, habe ich eine Aufgabe an euch Leute. Und zwar hat heute mein Kumpel Darian seinen 17. Geburtstag und ich dachte mir, wir könnten ihm ja eine Freude bereiten. Schreibt ja alle mal Hashtag AllesGuteDarian unten in die Kommentare. Wenn ihr das gemacht habt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Peace. Oh mein Gott! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gotcha, bitch. Suck my ass. Surprise, motherfucker. Das war's für heute. About three guns, Moshe! New Kid Headshot! 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 Surprise, motherfucker! Gotcha, bitch! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. What you think is it? What you think is that's one of the most interesting things. I can do this. It's fun to get this new one. I can do this one. This is a fun guy. I can't do this one. Go, go, go. Go, go. Bitch, you guessed it! I bring life and time. I bring life and time. No, no! No, no! Untertitelung. BR 2018 Ja Leute, ihr habt es geschafft. Zum Abschluss dieses Videos möchten wir uns noch für die 300 Abonnenten bedanken, die wir gestern geknackt haben. Oh mein Gott. Leute, das ist einfach krank. Danke für den Support. Und ja, lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da und abonniert diesen Channel, falls dies noch nicht erledigt ist. Ja Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.